Ein Willkommen zurück, meine lieben Pokémon-Fans. Heute mal ein kleines Infovideo, denn viele haben mich ja gefragt, wann machst du endlich das Pokémon X Let's Play? Ja, das habe ich mich selber auch gefragt. Zeitlich hat sich das bisschen gestreckt, bisschen ist gut, über den Monat fast, weil geplant war es doch am Februar, dass ich das Ganze mache. Ja, daraus ist nichts geworden, aber dafür wird es jetzt gemacht. Mit jetzt meine ich wirklich nicht jetzt, sondern demnächst und zwar auch ein festes Datum habe ich. Denn das Spiel ist schon hier, alles drumherum ist schon vorbereitet. Jetzt müsste ich mir nur ein kleines, ja, so einen kleinen Plan machen, wie ich genau alles mache. Aber dafür brauche ich halt nicht lang viel Zeit, deswegen ab dem 18. April geht's los mit Pokémon X Let's Play. Ja, ich habe schon in anderen Infovideos erklärt, was alles so neu kommt, was gemacht wird. Ja, das halte ich auch, das wird auch so gemacht. Ich gehe da aber nochmal auf das Thema zu, denn vielleicht haben andere Leute das Infovideo nicht gesehen, das vor zwei Monaten. Und das jetzt rauszusuchen ist auch Quatsch, deswegen sage ich das alles mal hier und mache eine kleine Zusammenfassung von alles. Und zwar, ja, was erwartet euch bei Pokémon X? Ich bin mit Y2 noch nicht fertig. Da fehlen, glaube ich, noch drei Folgen, dann ist es auch fertig. Also, bis dahin bin ich fertig, auf jeden Fall bis den 18. April. Ja, Pokémon X kriegt ein komplett neues Team, das heißt, auf jeden Fall spiele ich nicht dieselben Pokémon wie auf Y. Das wird auf jeden Fall nicht so sein. Da werde ich auch die weibliche Rolle einnehmen, das heißt, in Y habe ich männlich gespielt, hier werde ich den weiblichen Charakter auswählen. Warum das Ganze? Jo, ein bisschen Abwechslung, schadet ja nicht. Natürlich sind auch weibliche Zuschauer auf YouTube unterwegs, die können auch mal sehen, wie man so mit einem weiblichen Charakter umgehen kann und wie das halt mit dem Design aussieht, auch mit den Klamotten. Denn da gibt es halt, ja, bei Pokémon Y habe ich mich da nicht sehr viel auf die Klamotten fixiert. Da werde ich auf Pokémon X vielleicht mehr drauf gehen, extra für die Mädels, dass ich mir auch immer die Kleidung anschaue, was da jetzt alles verfügbar ist. Weil man kann seinen Charakter sicher selber gestalten bei Pokémon X und Y. Deswegen wäre das nicht so verkehrt, dass ich da ein bisschen mehr Zeit verbringe. So, wie gesagt, neues Team, neue Kleidung, neues Design, neuer Charakter spiele ich auch. Der Name bleibt derselbe, natürlich, Sakati, Sakati S. Ja, generell, wie läuft das denn ab? Ja, ganz am Anfang, am 12. Oktober kam mir das Spiel raus. Ich glaube, das war 12. Oktober und ich mich nicht irre. Wenn doch, scheiß drauf. Ähm, war ja der Hype ziemlich groß. Dann haben mehr Leute jetzt zugeschaut Pokémon als jetzt. Ist ja klar, neues Spiel, da kommen ja Fans raus und etc. Würde ich aber auch irgendwie wieder gern haben. Deswegen an euch. Wenn es gut läuft, kommen auch täglich Folgen raus. Das heißt, täglich könnt ihr Pokémon X sehen. Täglich. Mit täglich meine ich täglich. Der ganze Clou der Sache ist, äh, das Video muss auch oft angeschaut werden. Also mit oft meine ich, wenn ich das jetzt raushol und dann gucken jetzt nur 40 Leute das Video, ist verdammt geil. Bin ich auch froh. Aber es wäre einfach nur geil, wenn mehrere Leute es sehen. Ne, die Reichweite soll auch größer sein. Dass mein Kanal auch ein bisschen größer sein kann, wird oder so, sonst was. Weil dann kommen mehr Fans, da kann ich mehr Projekte planen, mehr Projekte rausbringen. Aber wenn es nur ein Teil guckt, dann, ja, dann ist das, dann mache ich mir da auch nicht jetzt den großen, die große Welle, dass ich da am Tag zwei Folgen rausbringe. Oder jeden Tag eine Folge rausbringe. Dann bringe ich halt jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag oder in der Woche mal zwei, drei Folgen raus. Wenn es halt, ja, wenn, wenn das Verlangen nicht so groß ist, ne, so größer das Verlangen ist, umso mehr kann ich produzieren, umso mehr habe ich auch Lust zu produzieren, ne. Ganz ehrlich, das ist so und da stehe ich auch dazu. Deswegen, ähm, wenn wirklich das Let's Play gut läuft, verspreche ich euch, dass jeden Tag eine Folge rauskommt. Das heißt, kommentieren, auch, äh, diskutieren, also gern über Pokémon diskutieren oder warum ich das nicht gemacht habe oder ich könnte das machen oder macht in der nächsten Folge das. Gerne, ne, das Let's Play gestalte ich so, wie ihr es möchtet. Also ihr Abonnenten da draußen seid ein Teil von diesem Projekt, ne. Ich spiele das Spiel und ich spiele das nicht einfach jetzt nur durch und blind und sonst was, sondern ihr seid ein Teil von diesem Meisterwerk, sage ich mal, am Ende. Was um die 100 Folgen, äh, ja, betragen wird oder sonst was. Ich weiß nicht, wie viele Folgen, aber ich sag mal, circa 100 wird das schon sein. Vielleicht auch weniger, weil ich ja vieles gemacht habe und weiß, wo es jetzt lang geht. Vielleicht werden es nur 80 oder 60 Folgen. Man weiß es halt nicht. Deswegen, ihr seid ein Teil von diesem Projekt und dann müsst ihr, wäre es, also müssten ist ein falsches Wort, aber es wäre schön, wenn ihr dann mitmacht und, ja, dann passt das. Das fängt ja schon bei der Namensgebung an. Wenn ich jetzt ein Pokémon fange, dass ich es nicht, äh, hier, äh, Mirabla nenne, sondern Tom, ne. Da fängt es ja schon an. Zack, ich habe einen Abonnenten schon mit eingebunden. Tom weiß Bescheid, er ist jetzt Mirabla-Fan. Oder Pikachu, nicht Pikachu nennen, sondern, ja, was weiß ich, Thomas oder sonst was, ne. Also, da bin ich echt offen für und das soll halt so ein Projekt sein. Es soll nicht langweilig sein und dass ich einfach es durchrocke, durchspiele und, ja, ihr bekommt dann nur mit, wie ich es gespielt habe. Ihr könnt gerne ein Teil davon sein. Es macht auch mehr Spaß. Also, wenn ihr mitmacht, macht es für mich Spaß und ich denke mal, das macht euch auch Spaß, euren eigenen Namen im Video zu sehen oder eure eigene Strategie, die ihr mir gesagt habt. Oder, ja, das, was ihr gerade gesagt habt in den Kommentaren, dass ihr das selber seht im Spiel, ne. Und generell gehe ich auf die Kommentare im Spiel auch zu, das heißt, Peterpan22 sagt, besuch die Höhle Omega, denn da findest du ein super Pokémon. Das werde ich auch auf jeden Fall im Video sagen, ne, weil das ist ja gerade Clou der Sache. Es soll ja Spaß machen, die Leute ein bisschen einbinden und es soll was bisschen was anderes sein, ne. Und nicht immer dieses 0815 spielen, zack, fertig, durch, das nächste Spiel. Das ist langweilig, das will ich auch nicht produzieren, das macht keinen Bock, ne. Und, ja, es wäre auch schön, wenn ihr da mitmacht, wie gesagt. Es wäre auch schön, wenn ihr die Videos auch teilt, ne. Ihr zeigt eure Freunden, Familien, was auch immer. Hier, cool, der macht Pokémon, wie ich finde das Spiel cool. Oder jemand sagt, oh, ich würde mir gerne X oder Y holen und ich weiß nicht was. Kein Problem, schickt den einfach an meinen Kanal. Er kann X und Y sehen, weil ich beide jetzt Let's Play oder generell Pokémon spiele oder vielleicht auch andere Spiele. Ich mache ja auch andere Spiele. Einfach mal schicken, zeigen, ein bisschen Werbung machen. Und, ja, dann kommt auch mehr von mir, beziehungsweise mehr Videos von mir täglich. Und, ja, vielleicht sogar mit festen Uhrzeiten. Das heißt, wenn ihr von der Schule kommt, 15 Uhr, zack, ist ein Video online. Oder von der Arbeit, zack, 17 Uhr ist, oder 18, 19 Uhr ist ein Video schon online. Dann könnt ihr direkt losstarten und zuschauen und sehen und sonst was. Es soll geiler sein, ne. Es soll richtig lebhafter sein, das Let's Play. Und nicht einfach langweilig. Und deswegen wird das auch anders gestaltet. Und ich freue mich auf das Let's Play. Ich freue mich auch, wenn ihr da mitmacht. Und dann wird das auch ein gutes Let's Play. Dann hebe ich mich mal ein bisschen ab von den anderen 0815er Let's Player. Weil viele machen das gut, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht jeden Typ mir sagen, dass er das schlecht macht. Aber es gibt deutlich auch viele, die machen das einfach so. Ja, jetzt laufe ich nach rechts. Ja, jetzt laufe ich nach links. Ja, das ist sehr interessant, auf jeden Fall. Aber, ja, ich möchte euch spitzen, da einbinden. Und ich würde mich da schon sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Das auf jeden Fall. Also, Termin ist 18. April. Ich werde da sein, hoffentlich hier auch. Und falls ihr noch Fragen habt, offene Fragen etc., einfach Fragen. Unter dem Video werde ich die Fragen beantworten. Auch die Videobeschreibung drauf achten. Da stehen auch weitere Informationen. Oder es kommen noch Informationen. Immer drauf achten. Und, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und dann vielleicht mit X. Und dann geht es weiter mit Pokémon. Und, wie gesagt, bis 18. April kommen dann noch weitere Y-Parts. Dass ich das Thema auch dann fertig habe. Und dann geht es halt mit X weiter. So, da würde ich mich auch jetzt schon verabschieden. Wie gesagt, schön teilen das Video. Werbung machen ein bisschen. Dann kommt auch mehr von mir. Und, falls ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren fragen. Und, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und, ja, bis hierhin. Euer Zakaties.